Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde The Culling. Gemeinsam mit Dallucard. Hallo! Und dem bis jetzt grausamsten Kampfsystem, das wir haben. Also, wo bist du? Basketballplatz. So weit weg. Oh, ist das Geländer neu? Tatsächlich muss ich außer umgestellte Schränke habe ich noch nichts bemerkt, dass sie was an der Karte gemacht haben. Was aber nichts heißen muss. Oh, zwei Stück. Aber ich glaube noch kein Team. Ich habe zweimal Iron Screen gefunden, das war's. Gut, dass er die ganze Zeit springt. Tankstelle ist einer drin. Okay, der blockt nicht. Ah, muss er ja auch nicht. Okay, der blockt gar nicht. Ich höre Kampfsounds von einem. Der genau neben mir steht. Gefühlt. Aber ich sehe keinen. Ich werde auch nicht schauen. Hier links im Wasser kommt er. Das ist aber nicht der gewesen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ah, der blockt nicht. Lässt man das weg. Okay. Hast du einen Backpack? Ja, ich habe einen ja. Lenspacker? Ja, können wir. Das andere Seite der Map. Hast du, ähm. Ja, ich nehme dich kurz zu machen. Ich habe einen Krämpfen gehört. Ja, wir müssen erstmal zum Airport kommen. Das dauert noch. Kann schon welche sein. Rotes Fass. Noch ein rotes Fass. Nur mal hoch zu kommen. Ja. Schon einer. Ist der oben oder ist der drin? Nein. Ist oben glaube ich. Kann auch auf der Veranda sein. Also müssen wir ihn töten. Also unten auf der... Komm schon. Unten. Schiss. Ja man kann den. Die abbrechen. Wo bleibt denn die Kiste? nächste kommt jetzt okay müssen runter irgendwie rechts hier kommen die anderen natürlich wieder er kommt auf mich zu ich hab den anderen ja beide bei mir ja die ganze zeit ja dann machen wir uns Amor hast du ich hab noch nichts ich such halt was zum einmal schneller ich hab ne bandage ich meinte hast du noch nen Rucksack ja hier sind noch zwei tatsächlich habe ich keine gesehen ich hab halt meine t3 überall nur t1 holy shit ähm willst du die Magnum haben ähm du wollen wir auch was anderes hoffen ich hole da hinten nen AirDrum und du kannst mal vielleicht zwei stücke Holz bringen zwei stücke Holz soll ich dir bringen ja ich brauch Pfeile und hier auf dem Airfield liegt natürlich wieder nichts Schlag schnell Holz hier sind zwei ja ich halte nicht ja ich hätte 200 Funk ja das lieber nach was besserem gucken ok wie siehts eigentlich aus für uns Finale die Pistolen sind viel schwerer zu treffen weil alle ja wegrennen und sich nur kurz umdrehen das kämpft ja gar keiner mehr naja das ist richtig ok das ist das Finale die haben 3 und 1 killed dann können wir maximal noch hier in der Pump gucken WTF du bist bei mir wieder am rumbacken gewesen aber man muss sich wirklich dran gewöhnen ich weiß nicht ob ich mich dran gewöhnen möchte aber wir sollen das schnell wieder patchen also meiner Meinung nach darf wenn nur eins von beiden drin sein guck mal hier Dynamit ich dachte immer das wär oben nimm du's ruhig du bist damit geübt ja ich hätte ne Iron Skin noch hast du was anderes was du droppen kannst? doch ja ich kann mir ne T2 droppen behalte jemand zum werfen wo sindsse? ich hab keinen ManTracker mit schnipp ich hab den mit schnipp ich hab die die sind ich die Was machen die denn? Pfeil oder Mandaren würde ich sagen, oder? Ja, aber es hört ja eher nach dem Kampf an. Ach! Das ist die verpackte Leiche, die wieder gegen mich kämpft. Da sind sie aber wirklich. Ich habe gerade einen Hint abbekommen im Nachkampf von der Leiche. WTF? Ja, die kämpft wirklich. Das ist die Leiche, die das hauen es mal. Haben uns aber glücklicherweise trotzdem nebengebracht. WTF? Der lebt ja noch! Puh. müde ach so der hatte noch die ok meine hatte auch noch gut gehabt über acht kills sagen das war trotzdem neuen kam das team recht eindeutig mit fremden so gefallen hat einen daumen da lassen